Musik Mein Name ist Hermann Ruhrp, ich bin Obmann des Tourismusverbandes Naturparkregion Reute in der schönsten Region in Tirol. Die Naturparkregion Reute lebt den sanften Tourismus. Wir haben keinen Massentourismus in der herkömmlichen Art wie verschiedene andere Wintersportorte, sondern bei uns ist sanfter Tourismus angesagt mit unserem kleinen Familienskigebiet, das für die Familien wie geschaffen ist, mit den kleinen Liften im Tal und das Langlaufen, das bei uns in der Region sehr große Beliebtheit hat. Wir haben in unserem Aktivkartenprogramm jeden Tag einen anderen Programmpunkt. Von den Kindern, die auf dem Bauernhof die Tiere erleben können, bis zum Kutschenfahren im Winter. Wir können auch eine Facklwanderung rund um den Alpsee machen. Also bei uns sind sämtliche Möglichkeiten da und jeden Tag in der Woche haben wir ein anderes Programm für unsere Gäste vorbereitet.